So, nach der langen Substory geht es jetzt weiter im nächsten Part und wir werden mal ganz kurz hier im Bereich hier die Dings hier erstmal ansetzen weil wir haben gerade ein bisschen Geld zur Verfügung und dann nehmen wir das einfach mal gleich mit nur man gönnt sich ja sonst nichts So, haben wir noch 403.000, ja das ist ja immer soweit gut, ne? So, perfekt Okay, okay, okay So, dann gehen wir nochmal schnell speichern Ich wollte eigentlich nur speichern Jetzt kommt die nächste, gibts noch näher Ja, ja Oh, ich halte jetzt Not at all Es ist ein echtes Telefon! Es ist ein Backphone! Man kann es auch Handy nennen! Wer legt ein Telefon in den Back? Ich weiß nicht... Es ist eine Rage jetzt! Es ist alles eine Rage jetzt! Es ist ein voll transportierendes Telefon, möglicherweise durch state-of-the-art Technologie! Freunde und Familie an all times! Ich könnte meine Mutter auf jetzt, wenn ich wollte! Ja, schön! Freue mich! Ich wusste, dass du die Lichter sehen würdest! Das macht mich nicht, dass man einen schönen Tag geht und die Waffe der Zukunft zu fahren! Ja! Ja, mach mal! Und eine Telefon? Hä? Sehr gut! Ich lasse dir, dass du das auf die Technologie mein Backphone um deine Telefon zu stellen! Wer ist... Ich will nur speichern, hallo? Ich wollte nur speichern, ne? Ist ja normal! Ich habe uns jetzt noch diesen Stein, bzw. dieses Ding angelegt, was wir jetzt von der, ähm... von unserer neuen Freundin ins Spiel bekommen haben! Und, ähm... der zeigt uns jetzt immer auf der Karte an, wo die... ganzen... ganzen... äh... Kämpfer jetzt rumlaufen! Also, die eins aufs Mall haben wollen, ne? Nur mal so als kleine Info am Rande! Funktioniert nicht! Hm? Kann ich das hier für einen Sekunden? Ja, das ist kaputt gemacht! Jetzt geht's nicht mehr! Alles Schrott! Die Batterie muss ja sterben! Die Batterie muss ja sterben! Ich habe wahrscheinlich benutzt, wenn ich diese Karte aus meinem Körper nehme. Die Batterie ist tot! Möge sie in Frieden ruhen! So... Hm... Was ist das? Äh... Was ist der Preis der Preis für mich auf der Vanguard der Zeiten? Das hat immer so gespielt. Giulia! Unfall. Das ist wohl in der ganzen Soll ich jetzt acht Stunden hier bei dir stehen bleiben und warten, oder was? Och, nicht doch. Yuzuka. Warum ist Yuki in Yuzuma? Okay. So, hier, weil hier, dann sehen wir auch mal hier auf der Karte die ganzen Typsies, die uns immer eins aufs Moor geben wollen, ne? So. Also, was war es jetzt hier? Willkommen zurück mit der Batterie? Nö. Was liegt denn da? Ähm. Ähm. Oh. Mana Sakura Typ Arcade. Nice. Nimm mich. Da waren hier schon wieder. Habt ihr eine Macke? So geht das aber nicht, ne? Also. So haben wir nicht gewettet, ja. 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 Halb 15 Attacks. Äh, ja ja. Hm. All gut. Ja, nice. Es ist nicht so, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Ja, ja, das ist genug, ja, ja, das ist genug, ich knuffe das, so. Ja, ja, das ist genug, Ma-Jima. Huh? Wer ist das? Ich weiß nicht, ob ich die Odissee bin. Ich weiß nicht, ob ich die Odissee bin. Wenn ich die Odissee bin, dann muss ich mit der Yamagata sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ein Wetter oder ein Niemalskussisch weiße. Ich möchte so viel Geld, was ich? ... 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 Ich kann es nicht versuchen, aber es ist gut. Hahaha! Das ist das, was ihr. Was? Die Kunden sind die神. Wenn wir uns bei uns kommen, dann kann man ein Kuss oder ein Kuss oder ein Kuss. Aber wenn man nicht mehr, dann kann man es nicht mehr sprechen. Ich bin sehr nett, aber ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Ich bin sehr nett. Geh es! Sorten Boregoons. Voll. so perfekt so und nun Buh! Es könnte, glaube ich, sehr lustig sein, wenn sich hier Kiryu und Majima mal zusammentun würden. Und die ja mal so richtig mit Schmackels und so aufräumen würden. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Sache. Das wäre, glaube ich. Oh, wir werden beobachtet. Ich glaube, wir sind in dem Gebiet nicht so ganz willkommen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Oh, Chapter 3 haben wir geschafft. Geil! Das finde ich sehr gut. Ja, komm, speichern wir da nochmal ab. Perfekt. Chapter 4. Proof of Resolve. 3 Jahre alt. Auf jeden Fall. 3 Jahre alt. Ich habe das- No, er war. Man hat nichts, dass es nicht nur ein Schwerpunkt ist. Das ist ein Schwerpunkt für die Schwerpunkt des Schwerpunkt. Die Künstler sind 6 Töne. Die Künstler sind 6 Töne. Die Künstler sind 36 Töne. 36 Töne. Die Künstler sind die Künstler und die Künstlerinnen der Gäste. Das war's für heute. Ja, ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich bin der Wettbewerb, der ich auch in einer Lüge der Stiftel bin. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzen kann. Ich glaube, es ist nur ein Mann. Maschimus... Aber das ist auch... Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht. Es geht nicht. Hey! Shibata! Ae-chan! Sai-zimaはどうなったんですか! 教えてください! 親父! 道を外した極道の行き着く先が、この穴蔵屋 親父… An-Sin-Sei, weiss nicht, dass wir uns nicht verletzt werden können. Aber wir haben alle, dass die Leute hier verletzten, dass wir uns nicht verletzten, dass wir uns nicht verletzten. Was ist das? Mein Vater? Meine Freunde, bitte erzählen Sie. Mein Vater! Alter. Da kochen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Alter Finne. Another shit night sleep. What I get to work, no much else I can do right now. Oh. Zum Beispiel umziehen können wir uns hier jetzt auch nicht. Hm. Na gut. Ist egal. Na, liegen die Leichen von gestern da noch? Achso, das war hier die Tür. So, liegt hier vielleicht noch irgendwas in der Ecke? Eventuell, was man so aufsammeln könnte. Nö, aber man kann hier durch. Ja, sehr nice. Warte mal, woher da nicht irgendwie hin? Das könnte eine Zeitqueste da sein. Hm? Muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich da denn hinkomme. Hm. Das hier, hier. Was ist jetzt mal? Oh, da braucht man mal ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ein bisschen! Dann介ess mal! Dann packen wir aus. Ich schau mal hin. Nein, steig nicht. Achso. Ich habe etwas von dir. Du bist klar? Was hast du gar nicht? Na ja das denn? Ja, nur? Kein Eis gebrochen. Oh, ich glaube, hier kommen wir jetzt hinter dieses Gitter auch nicht ran, oder? Ne. Also, das muss hier irgendwie übers Dach sein. Also, sorry, aber das interessiert mich gerade, wie ich da hinkomme. Das muss ich gerade mal so ein bisschen interagieren. Ähm, halt. 7,6. Ne, lass mal. Dann nehmen wir garantiert das ganze Geld ab. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Hoi. Komm, du Donchischut. Was ist denn schönes? Ja, man könnte ja hier mal so ein bisschen gedingsen und so, ne? Ja. Danke. Yo, hausse rin. Ne, wir kommen hier aber nicht, äh, irgendwie nach hinten, beziehungsweise, dass wir, ähm, eventuell, ja, äh, ich sag mal, irgendwie einen Hintereingang oder so benutzen können. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Na gut. Egal. So. Hallo. Ja, immerher. Da läuft der Typ sich schon wieder. Oh. Wollt's an, da kommt jetzt aber nicht zu mir in die Ecke, ne? Was ist hier ein Ding? Jetzt müssen wir ja auch noch, äh, finden. Hier eine, äh, äh, Batterie. Äh, wo kriegen wir denn eine Batterie? Drugs for less. Und weppel in armor shop. Hm. Die Frage ist jetzt, wenn ich den Typ sie ja nicht besiege und, ähm, der mich dann, ähm, ja, so gesagt besiegt, dann nimmt der mir, glaube ich, das ganze Geld ab, ne? Und das muss ja eigentlich nicht sein. Der hat 8,6 Mille bei sich. Hm. Hm. Nee. Gerade nicht. Wir machen lieber einmal die, äh, die Story hier weiter. Hallo. Hallo. Tim and another girl was coming beside Nozomi. Äh. Ist das hier vielleicht die, äh, Takami oder wie sie heißt? Hm. Also mit der wir hier vorgesprochen haben, war das die vielleicht? Okay. Wer will denn deinen Inhaber sprechen? Nann no yo ya. Otsukaru saa. Ach, der Tim's nur. Na? Ja. Omae warst du nicht. Ich hatte hierbeing in Polken, oder? Auf question. Wie für dich das yelling also. Ich habe das Regular das, was ich, wenn ich irge Bergwunschlauze und酒 bekomme. Ich tribeiere dir, wenn ichürge. Ich seien kalt einzuschlau. Warte. Das ist ja kein Errageschen. Wäre das nicht? Sag einen Am pot, äh. Ich bin in Asitaba. Ich bin in Asitaba. Ich bin schnell. Ich bin in Asitaba Park. Das ist ein Platz für einen klassischen Mann. Keine Ahnung, was er holt wird, wenn ich lebt bin. Ich hätte besser geblieben. Na dann, beweg dich mal, oder? Aber darf ich jetzt nochmal ihm speichern? Wäre das möglich? Äh, geil. Find ich nice. Save komplett. So, Mahlzeit. So, ihr könnt ruhig alle weitermachen, ich gehe einfach nur raus, ne? Aber schönartig sein hier, ne? Sonst kommt der Papa und fisselt euch mal richtig den Allerwärtesten auf. Was? Naja. Wurde es mal gesagt haben. So. Halt. Einmal zu gehen in Siss-Richtung hier, please. Kleine Ahze. Alles Ahze. Ja, ich habe noch keine Batterie gefunden. Entschuldigung. Sind wir schon wieder? Nee, 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 nee. So geht das nicht hier, ne? Oh, das ist schon eins. So auf die richtig volle geile Fresse, ne? Oh, ho, 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 ho. Dump, Baby. 3,5 Minuten. Ja, sehr geil. Gefällt mir, ja. Hm, hm. Na? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist los? Was soll es in mir geben? W陣 esよし? Wach wird es nicht soglilleurs von dir, bitte? W kann es która auch von dir geben. Sollte eigentlich jeder wissen, ne? So Ich, äh, wollte jetzt aber nochmal eben Weil wir hier, wir haben dreieinhalb Mille dabei, ne Dann müssen wir nochmal hier ganz kurz ein bisschen Äh, Geld rein investieren Muss, muss ja sein, ne So Je mehr Energie, desto besser ist das So, will ich noch boh Kommen, den hier oben nehmen wir auch noch mit Sehr schön So, der nächste kostet dann jetzt 2 Mille Den könnten wir auch noch mitnehmen, den Phoenix Spirit Oh Gott, was Leute weiß What time is what I wanted Äh, äh Der kostet mir 15 Mille So, können wir hier nochmal eben kurz gucken Okay Okay, das ist 400 1000 Aber hier, wir können Nehmen wir den nochmal eben mit Je mehr Energie wir haben, desto besser ist das Hahaha So gut Ich mache einen kurzen Schnitt Und melde mich dann gleich mit der nächsten Folge wieder Macht es gut Tschüssi Tschüssi Musik lı